In genau drei Tagen ist Heiligabend. Viele sind noch auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken, andere nutzen die Zeit, um noch einmal auf dem Weihnachtsmarkt vorbeizuschauen, der in Zwickau noch bis zum Sonntag geht. Hier haben die Besucher die Auswahl zwischen der Schlossweihnacht, dem in diesem Jahr neu dazugekommenen Domhof und dem traditionellen Markt auf dem Hauptmarkt. Wie die Händler die Publikumsresonanz im Jubiläumsjahr empfunden haben, wollten wir heute noch einmal wissen. Also es war ein sehr schöner Weihnachtsmarkt, sehr belebt. Kunden waren alle zufrieden und wir wünschen allen Kunden ein frohes Fest und ein gutes Rutsch ins neue Jahr. Das wünschen wir Ihnen auch. Das wünschen wir von der Bäckerei Gernsmiller. Auf jeden Fall waren es wieder schöne Weihnachten. Leider hat der Schnee wieder gefehlt. Das hätte man sich ja bestimmt noch gewünscht, um die Romantik hier ein bisschen mehr reinzubringen. Ja, ansonsten war wieder viel los dieses Jahr gewesen auf dem Weihnachtsmarkt. Wir hatten ordentlich zu tun und hat trotz des Stress auch viel Spaß gemacht, viele nette Leute kennengelernt. Und auf jeden Fall wünsche ich den Zwickauern noch ein schönes Jahr dann, einen guten Rutsch. Und dass wir hoffentlich nächstes Jahr wieder so einen schönen Weihnachtsmarkt haben. Bei uns ist es am Wochenende und generell eigentlich klasse gelaufen. Wir freuen uns, dass der Domhof wirklich so angenommen wurde, wie er angenommen worden ist. Es gibt sicherlich noch was zu tun, aber gerade die Stimmung hier ist eigentlich phänomenal. Wir haben uns immer gefreut, dass so viele da waren. Und ich wünsche allen natürlich ein ganz fröhliches Weihnachtsfest. Ich freue mich, dass viele auf dem Weihnachtsmarkt waren, dass sie es so gut angenommen haben. Und gerne nächstes Jahr wieder bei uns. Also ich wünsche allen die Kundschaft und Freunde und allen Bekannten, die zu mir kommen, ein gesegnetes Weihnachtsfest mit ihren Freunden und Lieben. Und dass wir alle gut ins neue Jahr kommen und einen guten Rutsch. Und dass wir uns nächstes Jahr wieder hier einfinden, alle zusammen. Das wünsche ich. Und alles Gute fürs neue Jahr.